Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu GSPY Dyson Sphere Programme. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert, dass sie einfach so in der Luft schweben, aber ich sage nein dazu. Macht das Leben nämlich einfacher, wenn man unten durchläuft. Wie ich den kurz davor schlussendlich die, äh sagt es mir, ob ich das überhaupt im Inventar drin, ist ja merkwürdig. Unsere Puls und der Routen anzuschmeißen und können gleich schon mal, sobald das Ding sich mal entschieden hat, was zu bauen, wir stellen uns mal kurz darüber hin, sonst den Bereich mal schnell fertig bauen, was wir als nächstes erforschen könnten. Deuterium brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir bräuchten Energy Storage, das wäre wichtig. Wollen wir dafür Crystals? Ja, wir brauchen hoche Technologie dafür. Irgendwas, was gerade eher spontan hilft. Ah, X-Way, das ist das, was wir benötigen. Okay, wird gelaufen, wird gelaufen. Hydrogen Fuel brauchen wir noch nicht. Magnetische Sachen brauchen wir auch gerade noch nicht. Signaltürme. Das brauchen wir auch gerade nicht. Irgendwelche Upgrades, die wir uns gönnen könnten. Ja, das wäre mal was. Mehr Zeug, mehr Betonung, mehr Bauen, einfach mal allgemein uns verbessern. Vertikal hochbauen, auch wichtig. Das können wir auch noch machen. Und der Rest geht mal nicht. Okay, ist vollkommen in Ordnung, soweit. Wir haben, was wir haben möchten. Wir brauchen noch mehr Platten, die können wir uns gleich noch holen. Und wir brauchen noch ein bisschen was hier von Zwischen. Hier, zack, brauchen wir nicht mehr. Die drei können wir auch mehr rein klatschen. Das bisschen, ach stimmt, wir haben ja noch. Da kann ja noch nichts passieren. Raus und raus. So schnell kann es gehen. Okay. Sie sind auf dem Weg. Es wird geforscht. Alles ist wunderbar. Dann sagen wir noch. Können wir hier das bissl Öl, was ich habe da reinlegen. Ja. Gut. Das ist schon mal gut. Das Ding fühlt sich nach und nach. Da können wir jetzt gerade echt nichts machen. Oh, das war Rohöl mischt. Sollte ich nicht drin haben. Das muss ich hier noch mal kurz neu aufbauen. Das war mein Fehler. Ja, Mist. Soviel zu dem Thema. Oh, er wird ja gut gemacht. Ja, Bruder, wir haben viel. Wir haben richtig viel. Ich kann auch noch rein machen. Wäre es vielleicht interessant, hier noch mal eine zweite hinzusetzen. So eine dritte. Ja, zwei. Drei sogar eigentlich. Wunderbar. Dauert ein paar Minuten. Okay. Für die Zeit können wir schon mal hochgehen und uns... Dankeschön. Noch mal ein bisschen was an Brudenplatten holen. Einmal Dankeschön. Dann holen wir uns noch ein bisschen mehr Kupfer. Danke dafür. Und ab nach drunten. Ich würde sagen, irgendwie war ich gerade leicht langsam. Dann können wir noch ein paar mehr Solarpanels bauen. Danke dafür. 300 Minuten hier und auch dort. Ich könnte aber auch sagen... Ich habe eine Idee. Ich habe eine kleine Idee. Das machen wir jetzt automatisch. Das tun wir jetzt nebenbei automatisch. Ich glaube, dass immer wenn ich ein bisschen was reinschmeiße, ist recht gut. Dann passt das schon mal. Haben wir den gemacht? Wir haben ihn gemacht, Sördle. Das heißt, du hier. Komm schon mal her. Du tust mir bitte die hier bauen. Kriegst du dazu das Zeug von hier. Und dann kriegst du noch eine zweite Kiste. Wo du quasi die Sachen hier reinschmeißen kannst, Sördle. Ein bisschen Strom noch hingeschmissen. Und dann sagen wir, du benötigst noch Schaltkreise und Kupferplatten. Okay. Das kriegst du alles von mir. Das kriegst du von mir. Kriegst du noch ein paar Schaltkreise hinterhergeschmissen. So, es muss immer voll sein. Das passt. Okay, wir brauchen aber noch mal ein paar mehr Schaltkreise, wenn ich das richtig sehe. Das ist in Ordnung. Das ist mehr als in Ordnung. Strom. Das haben wir auch noch soweit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt sind wir bei dir aus. Da kann man noch ein bisschen was mitnehmen. Das ist in Ordnung. Und landen. Stromtechnisch wird es wahrscheinlich ein bisschen schlechter schon. Aber was soll es hier. Bingo. Hier, Bingo. Lauf. Das ist nichts anderes, was ich sehe. Dann können wir in 130 Sekunden noch quasi ein bisschen fliegen und die Linie hier noch erweitern. Dies passt dann schon für den Moment. Und Bingo. Muss immer zu Hause. Fundamentplatten sind hier. Und dann sage ich mal, die, Kollege, bitte da rummachen. Vielleicht kriegt man ja noch ein bisschen so eine ab. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. Aber jedes bisschen, was wir mitnehmen können, ist einiges wert. So, dann einmal weiter. Von hier nach dort aus. Go, go, go. Wenn du mal gucken, wie sind die hier drauf? Eins, zwei, drei. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, dann. Das wollte ich doch sehen. Go, 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 go. Ja, das muss alles irgendwie dann abgebaut werden. Gibt es dann nachher ein großes Lager für das Ganze. Habe ich denn noch welche übrig? Ich habe noch welche da. Okay. Zack, 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 zack. So, so viel zu dem Thema. Ach, Stück haben wir noch übrig. Ja, die können wir noch vor uns hinbauen. Passt, dann gehen wir wieder auf die andere Seite zurück. Töne, ich müsste ja alles mit dem Stromnetzweck drin sein. Yep. Es ist einfach nur gerade nicht aktiv. Es ist gerade nur nicht aktiv. Cool, aber da, dich immer auch, dich immer auch, dich immer auch da. Okay. Ja, es müsste funktionieren. Ich hoffe, ich müsste. Bin mir nicht ganz sicher, aber ja, wird schon. Man denkt, wie nach und nach alles angeht. Das muss man mal gucken. Ich glaube, das braucht gerade ein bisschen zu langsam, oder? Achso, ja, wegen Wasserstoff, genau. Das war ja ein Problem, das ich hatte. Das Wasserstoffproblem. So, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte dich hier haben. So, dann sagt man noch nebenbei. Dann darüber. Müssen wir es bloß richtig ausrichten, das Ganze. Dann sagt man nämlich, hier hätte ich gerne Wasserstoff. Heitut schon. Und hier hätte ich gerne bitte das Schwereöl. Wunderbar. Passt. Wenn wir das so machen, können wir das auch komplett durchziehen. Das ist doch alles. Und bitte. Wunderbar. Ah, herrlich. Wunderschön. Könnte ich jetzt das kopieren, quasi. Nur den Bereich hier. So, das und das da hier. Und kopiert. Wunderschön. Wunderschön. Funktioniert aber nicht ganz. Press und holt. Und enter. Mit trotzdem gemacht wird. Alles akzeptabel. Dann tun wir das bei Hand noch hinzufügen. Einfach. Zack. Bitte einmal das Schweröl. Hinzufügen. Wunderbar. Dann hat man hier einmal der Wasserstoff. Der quasi darüber geht. Und das Schweröl, das darüber geht. Hätte man das Ganze schon mal vervierfacht. Und ich sag mal nicht nein zu der Aktion. Dann kam wunderbar. Nein damit und nein damit. Dann müsste die Forschung auch ein bisschen schneller funktionieren. Würde ich jetzt mal annehmen. Auch wenn das echt beeingstigend ist. Aber das kriegen wir auch noch hin. Dafür kriegen wir auch noch eine Verwendung hin. Aber das muss auch noch wesentlich größer sein. Wie schaut es aus mit dem? Öl. 289. Es hält sich. Also mit vier Stück wo gleichzeitig an einer Quelle arbeiten haut es hin. Okay. Ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Haben wir schon was da? Nein. Okay. Du läufst und du funktionierst. Bräuchte eigentlich noch mehr. Weil ich das so richtig sehe. Bräuchte eigentlich noch mehr. Haben wir eine weitere Quelle hier gerade in der Gegend für die Aktion? Stone, stone, stone. Öl ist da unten. Wir hatten genau. Wir hatten da oben noch die Quelle. Ja. Noch mehr Öl. Wirklichkeit so ganz sich nicht bauen, weil ich nichts habe. Das ist schön im Kissen. Das muss ich nein dazu sagen. Ich habe wirklich nichts gerade. Dann schnappen wir uns doch ein bisschen was. Ein bisschen was hiervon. Ein bisschen was davon. Ich habe keinen Stahl momentan. Ich habe nicht genug Eisen für den Stahl. Okay. Verstehe. Verstehe. Danke dafür. Die Frage ist, habe ich jetzt genug? Nein. Weil mir wahrscheinlich die wieder fehlen. Die Magnetringe. Okay. Auch kein Act. Kann ich mir oben ein bisschen was abholen. Nicht viel, aber etwas. Ja, das muss auch mal als Großproduktion rauskommen, aber für den Moment. Ah, es liegt am Glas wahrscheinlich. Ja, Steine. Okay. Oh, nur Momento. Ja, wir haben einfach noch nicht alles. Hätte man mal jeden Rohstoff unendlich wach in aller Variation, aber nein. Leider nicht, leider nicht. So, wir schätzen hier oben aus. So, ein bisschen Steine noch hinterher geschmissen. Dann müssen wir es jetzt doch eigentlich haben. Ja, wir können sogar vier Stück machen, aber es ist ein bisschen heftig. Hier ist ein bisschen heftig, aber ich sehe schon, wir haben hier nicht genug. Hiervon. Die verprassen wir schon ordentlich. Und nun damit uns. Strom. Ja, es geht gerade so. Kommt der Strom überhaupt an da hinten. Nein, der kommt gar nicht an. Okay. Ähm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unschön. Guck mal, was soll ich das? Gas geben. Wir fing kurz dorthin. Weil wir diese in Mitte nicht weiter ausgebaut haben. Für den Moment. Ja, das ist das Problem. Wo bist du denn da hinten? Bist du so. So, jetzt sollte es nämlich auch besser funktionieren. Ich weiß nicht besser. Sogar haben wir noch welche übrig von den... Ich habe alles gerade verbaut schon. Okay, das ist in Ordnung. Ich würde sagen, wir möchten nämlich die ganze Energie bitte von der Sonne haben. So viel wie wir nur bekommen können. Oh je, oh je. Aber so, es funktioniert ja alles. Es funktioniert ja alles. Einmal bitte landen. So. Dann möchte ich bitte Ölextraktur haben. Achso, den habe ich schon. Den habe ich schon irgendwo. Hier, jetzt da. Sortele. Du wirst auch mit Strom betrieben. Und dann verlagern wir dein Zeug mal hier runter. Kommt mit in die Großraffinerie unten rein. Jetzt möchte ich hier spätes größte Problem werden. Das Zeug so abzuhören, dass es überall passt. 1, 2, 3, 4, 5. Direkt hier gleich mit verbauen. Dass es auch ja funktioniert. Ich weiß es zu slow. Ich muss nur ein bisschen was dran rumverwerkeln. Jebes Spiel. Ich muss nur was dran rumverwerkeln. Irgendwo nach hinten muss ich, glaube ich. Wenn diese ganzen Anlagen soweit funktionieren. Achso, ja. Ich muss die erst noch fertig bauen. Na komm. Put, 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 put. Ich brauche einfach nicht mehr Drohnen. Ich brauche einfach viel, viel mehr Drohnen. Wo ist denn? Ah, da drüben. Ist jetzt da. Okay, schon gefunden, schon gefunden. Dann sagt man noch einmal. Dorthin. Und komplett nach da unten rein. Dann haben wir es. So, leh. Wir brauchen Ölreferien noch eine ganze Ladung. Machen wir zwei Stück. Nicht eine ganze Menge, aber... Ja, ein bisschen was ist zumindest. Machen wir noch zehn Tanks hinterher. Das können wir auch nebenbei noch machen. Dann müsste nämlich das hier auch... ...ein ganz ein Stück weiter nach oben gehen. Wenn wir da quasi einen zweiten Input haben. Haben wir auch Fundamente für das Ganze hier. Ja, okay. Aber komplett fundamentiert. Ähm, ich hätte gerne... ...eine Kopie... ...steuern C... ...von... ...dem Ganzen hier. Ja, halt. So rüber. Nein, das war jetzt falsch. So, halt, wäre in Ordnung. Wunderbar. Das kommt immer wieder hier rein. Der Rest wird gerade gebaut. Das ist auch in Ordnung soweit. Dann können wir nebenbei noch sagen, wir tun schon mal die Unterstützung da hinten reinhauen. Go, go, go. So, herrlich. So, herrlich. Was ist denn? Ich habe kein Lager. Ich habe kein Lager. Ah, ich hätte gerne das hier mal weg. Ich hätte gerne genau zwei Lager, was soll's. Raffinerie. Raffinerie. Wunderbar. Ähm... Ein Depot. Was beide ansteuern könnten. Ne, das wäre in Ordnung. Das reicht auch aus, wenn wir da noch eine Handfelme drin haben. Ähm... Pam, 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 pam. Habe ich keine... Ich habe alle Greifer auch schon verbaut, Heidewitzker. Ja, da mit zwei Stück. Bin ich... Ich habe noch gerade zwei Stück aufgenommen. Ah, hier unten jetzt. Ja, ich war blind. Sorry, ich war blind an der Stelle. Ähm... Dann sage mal, du bist noch da hinten hin. Du gehst weg. Äh... Du gehst weg. Da gehst du dorthin. Dann hätte man das nämlich erledigt. Ähm... Wir sagen, du kommst da rein, du kommst da rein. Und schon wird aus beiden Dauer produziert. Das ist auch schon mal was. Dann sage mal, wir benötigen nochmal... 1, 2, 3 Stück. Dann hätte man den Bereich auch für uns gemacht. Dich, 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 dich. Ja, das ist immer noch rot. Es ist nur rot. Ich dann... Ein bisschen was davon ist nie verkehrt. Wir haben dich, dich und dich hier da. Genau. Wir haben auch dich hier und dich hier. Und den Hashtag haben wir auch mitgenommen. X-Ray, wunderbar. Öl zu dem machen. Ah, die machen das Ganze dann. Jetzt Rafis. Ich verstehe. So kriegt man nämlich das auch weg. Und kriegt ein Brennholz für das hier. Brauchen keine Kohle mehr dafür. Ah... Ja, sonst wird der nämlich auch irgendwann mal voll. Aber bis dato haben wir ja noch zum Glück ein bisschen. Ich trage auf ein bisschen. Ähm... Ich hätte gerne, dass wir hier... Dich hier haben. Dann möchte ich hier bitte... ein Filter setzen für Ruhe. Wunderbar. Wunderbar. Habe ich mich grad voll keine verbaut. Weil Extractor war das. Ah, Mist. Hätte Refinery gebraucht. Okay. Ich meine Extractor machen wir nach immer noch. Das ist jetzt... Hätte mal so verkehrt. Aber trotzdem. Hätte ich so und so rum hin. Hätte ich mal so rum hin. Und ich mache mal so rum hin. Okay. Davon brauchen wir noch mehr. Davon brauchen wir eigentlich noch mehr. Bist noch nicht hierhin gebaut und auch noch nicht hier. Das heißt, dich können wir schon mal anzuhören. Dich können wir auch anmachen. Dann müsste es soweit funktionieren. Der Output wird vergrößert. Ja, doch haut hin. Genau so viel wir benötigen. Wahrscheinlich wird der Strom quasi... Ja. Schauen wir auf Le Strom. Le Strom sagt, äh, warum machst du das mit mir? Skandalös. Mon ami. Äh, wir brauchen immer nur so viel davon. Es passt. Mitnehmen. Und dann sagen wir bitte mitnehmen. Aber die Fundamente noch ein bisschen weiter. Mehr Forschung wäre lustig, aber wir brauchen auch ein bisschen mehr Strom. Ist halt keine Gefahr für sie. Überhaupt nicht. Das finde ich super. Es könnte nichts besseres geben, als keine Gefahr für die zu sein. Oh, das sind die Dinge, die müssen... Du musst dann Lager bauen, wo du das einfach nur abernten und das war's. So, ich hätte gerne hier eine Strecke komplett hier rüber. Alles andere ist mir egal. Wo haben wir denn welche? 37 Stück. Ah ja. Warum netter? Wie schnell bauen. Immer schön hinterher. Immer schön hinterher. Und schon werden sie Teil des Systems herrlich. Gibt doch nichts Schöneres, als wenn sowas funktioniert. Bamam. 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 Die Atom muss natürlich ein bisschen leiden, aber... Ja gut. Irgendjemand muss ja immer leiden. Und ich meine, solange es nicht unsere Industrie ist, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Die Waffenreichweite wurde ein bisschen erhöht, der Rest auch. Ah, das ist doch gut. Haben wir ein bisschen was von allem. Haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Wir haben noch 44. Kommt die auf einmal her. Kann man die noch vorhin spawnen und danach müssen wir zurück, wenn wir keine Fundamente mehr haben. Und dann hätten wir... Oh, danke. Moment, kann das sein, dass wir bereits... Yep. Der halbe Planet ist so gut wie er umrundet ist. Ist genial. Dann können wir aber auch einfach so rüberfliegen. Was soll's. Ja, dann ist ja egal, wie rumflieger. Hörerfenrie geht wieder nicht. Ah, genau. Wir hatten ja... Magneteprobleme. Schlimm. Okay. Müsst mir eigentlich genug da drüben haben. Danke für Plasma. Und bingo, 500 Stück davon. Das wird mehr als was rein sein. Okay, wir könnten noch... Haben wir noch ein paar Steine übrig. Okay, wir haben Steine übrig, aber... Ein paar mehr wäre nicht verkehrt an der Stelle. So, haben wir noch ein bisschen was hinzu. Dann schmeißen wir uns noch ein bisschen was hier von rein. Denn warum nicht? Dich, immer dich, immer dich. Dich holen wir uns auch noch mit hinzu. Danach können wir eigentlich eine ganze andere Raffinerien machen. Während wir die machen... Uuuuuh. Hallöchen. Aktiviere die nächste. So. Jetzt sollte alles ein bisschen schneller gehen. Schauen wir doch mal. Wir hatten ja Items das hier. Jetzt sollte alles ein bisschen schneller gehen. Zwei von dem und ein von dem. Macht drei davon. Dann macht es mehr Sinn, wenn Deste vor... Kann man überlegen. Wenn Deste nur ein Zwischenspeicher ist. Und quasi Deste hier... Nach dahin geht. Dann wird es nach hier rüber verlagert. Da kommen die anderen dann hin. Ja, das... Jetzt... Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Haben wir denn die Chance? Ne, danke schon. Dann sagen wir doch mal. Ich möchte das dann quasi hier bauen. Wir haben ein bisschen Platz für das Ganze. Jetzt brauche ich mal hier. Dann sagen wir, wir benötigen jetzt für das neue Rezept hier die zwei Sachen. Das heißt, wir haben eine Linie hier rüber. Die andere Linie hier rüber. Dann haben wir wieder... Eine Linie hier rüber. Und eine Linie hier rüber. Flupp und flupp. Sagen hier wieder, wir möchten bitte unseren Wasserstoff haben. Und das andere ist dann Brennstoff. Okay. Das andere ist Brennstoff. Das passt. Da müssen wir das Setup sogar noch ein bisschen anders machen. Aber... Im Moment. Das ist ja bloß für das Zwischenrufe gedacht, das Ganze. Dann sagen wir doch mal. Wir hätten dann gerne... Habe ich denn keine Tanks gebaut mehr? Nee. Das muss dann hier ein großer Bereich noch werden. Zack. Movementspeed erhöht. Wunderschön. Mal gucken, was kann man so schnelles machen. In quer... Oder das ist auch mit dabei. Das ist mit dabei. Energiegewinnung. Drohnen. Zack, zack, zack. Alles ein bisschen verbessern und schneller. So. Die müssen wir auch noch machen. Ja. Ein bisschen was davon. Zack. Dann haben wir noch eine zweite Raffinerie. Eine feine Erb haben wir. Die können wir direkt neben hinstellen. Und dann sagen wir am besten... Du machst auch das da hier. Die Frage ist gar nicht, dass man das überall gleich ist. Du kommst dort hin. Du kommst weg. Na, eine kleine Idee. Wenn es nämlich immer so ist. Zack und zack. Und zack und zack. Solle. Wir haben hier gesagt, ich möchte Wasserstoff draus haben. Hier möchten wir bitte die Brennstoff... Ja, also wir. Brennstoff. Und dann sagen wir hier wiederum, du bist für Wasserstoff zuständig. Dann müsste man das quasi das gleiche Schema. Hydrogen. Dann müsste man doch eigentlich kopieren können. Das heißt, zack. Kopieren. Den Bereich hier bitte. Beziehungsweise... Wir können es von hier direkt machen. Ja. Passt. Use now. Und sagen mal zack. Das passt. Und wenn wir jetzt hier den Boden noch flach machen, dann können wir es sogar noch weiterverwenden. Dann sagen wir bitte von da nach da. Wunderbar. Use now. Genau. Oh. Okay. Soviel zu dem Thema. Eure Affinerie. Zack. Und danach sagen wir nochmal. 1, 2, 3, 4. Müssen wir jetzt genug produzieren aus dem Ganzen. Würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Moment. Wir können ja auch nochmal sagen. Hey bitte von da nach. Weberurourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourourouro Bedingt funktioniert, was so ist. Das wird ihr noch gebaut. 20, 400, ein paar Sekunden. Das wird eh noch dauern. Ach, zum Glück mehr Inventar. Das ist schon einiges wert, bis ich in mehr Inventar. Bitte reinschmeißen. Und das Rohöl bitte auch darum reinschmeißen. Wunderschön. Na, gucken wir doch mal. Wir haben jetzt noch da 25, das ist einiges. Vielleicht reicht es auch aus mit den Untergründen. Ich meine schon, Stonebricks sind zu wenig da für die große Produktion, aber ja gut. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Ich verstehe, man könnte... Müsste eigentlich schneller sein. Ganz ehrlich, die müssten schneller sein. Die Fließblende wird es wieder hinhauen. Haben wir denn irgendwas Upgrade-Technisches? Das zuerst, dann rein damit. Dann tun wir das noch reinschmeißen. Ja. Zumindest halt Upgraden. Passt schon. Ach so, ja, wir sind ja eh... Ich wollte gerade sagen. Wir sind ja eh da oben unterwegs. Äh, Kohle auch da reinschmeißen. Wir brasseln jetzt alles, was wir brasseln können. Das kann man nebenbei auf die Uhr gucken. So, der Äquator. Ich komme. Äquator, wir sind dran vorbeigerauscht. Ah, sind wir noch zu Hause. Das wollte ich doch sehen. Unser Äquator Energieversorgung. Ähm, ich bin doch da rum. So, ja. Kann man zumindest etwas wieder hinsetzen. Na, ich habe es wieder ein bisschen übertrieben. Gebe ich zu. Gebe ich ja voll und ganz zu. Zack, zack, zack. Und hier auch nur vorhin es hinschmeißen. Dann passt es schon. Wir haben aber bald es geschafft. Wir haben doch nicht bald geschafft. Dass wir einmal komplett Eis umrunden. Herrliche, natürliche Natur. Ja. Direkt da ist natürlich eine Öl-Raffinerie, die uns wieder ein bisschenchen im Weg ist. Aber gut, was so ist. Oh, hi, Kollegen. Hey. Wie ich sehe, kommen wir bald eh da rüber. Das Ende ist sowieso statt. Herrlich. Energieversorgung nahe der Verteidigung. Alles wunderbar. Aber. Immer das Ganze weitermachen. Und. Wie wir das noch beschleunigen können. Beim nächsten Mal. Was gut und wie immer. Tschüss oder. Tschüss oder. Los. Tschüss oder. 引�ี эт衣 IN Energieverschlorung. Alles müke mittel. Haben nochhin der Verteidigung. membership. Ich bin oder nicht. Schlüss. Wenn wir jetzt mal weiterver люблю. Ich bin, wie noch es mit interacting.